Moin! In der heutigen Folge werden wir ein bisschen Freiheit und Demokratie verbreiten mit Lukas, wenn's euch gefällt, lassen und dann nach oben da und dann jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja! Auf dem Eis zu kämpfen ist das so nervtödend, man slidet ja richtig rum. Ich würd, ich würd ihn, ich würd ihn beschützen. Viel Spaß mit dem Orbitallaser, ich hoffe der trifft euch nicht. Wie, wie weit war der von dir weg? Ach, der war so süß, also der war schon weit weg. Ich bin halt so profi, das mag ich. Oh mein Gott! Äh, der verfolgt mich! Wo hast du ihn überhaupt beworfen? Von dort hinten! Ja! Hm, ja. Singing Compilation. Oh shit. Oh Gott, ich hab mich versetzt umgeboten. Ja, muss aufpassen. Ja, ja. Ja, ja. Ich muss mich noch gewöhnen, dass ich meine Secondary keine Schnellfeuerwaffe vermisse, sondern mit den fucking Granaten bauten. Ah, die hast du auch! Yes! Die ist super! Die ist wirklich super! Hab viel Hives und alles für Spaß, wie du mit den Granaten in der Fall als Equipment. Hm. Oh nein! Oh nein! Ah, ah, ah! Ich hab das tot! Oh mein Gott, ich werd zum Chicken Nugget! Ah! Weißt du was? Ah, freedom! War mir ne Ehre, Jungs! Oh mein Gott, der ist genau... Oh mein Gott, Lukas, Lukas, Lukas! Ah! Ah! Nein, Lukas! Ja, komm! Nein, als ob du überlebt hast! Schild gehabt! Tu besser! Ich wollt dich noch überhaben und dann sch... Nee, alles klar! Trainer! Warum ist dein Schild kaputt gegangen? Genau in dem Moment glaub ich's. Oh Mann! Digga, ich bin für die Frage gestorben. Ja, aber halt fucking glücklich. Och nee! Oh, mhm, mhm, ich hab nur so mhm, 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 mhm. Egal was ich mache, ich sterbe gerade. Oh, scheiße, warte mal. Soll, soll passen. Alter, wie? LOL! Hä, wie nice, wieso hab ich jetzt gleich gekinnt? Ich nehm's. Du hast das Ding angeschossen. Oh! Ja, das hab ich voll mit Absicht gemacht. Nice! Wusste ich ganz genau, was ich dorthin... Ich überlebe. Ich bin Survivor. Das ist ein Survivor. Was sagst du eigentlich zum neuen Pass? Ich finde den bisschen... ...langweilig. Im Polar-Pass? Ne... Das ist ne neue Frank-Granade. Hm. Anstatt zu ne... Also ne Einfriergranate wäre ja so cool. Eben das sind 4 Season-Pass in vier Monaten, das halt schon. Mhm. Ein Monat, um es durchzuklären. Ich meine, das ist aber auch gut. Du kriegst halt immer neuen Content halt dazu, ne? Pff, das wird scheiß gewesen. Schön, dass grad gepasst hat, als ich verehnt habe. Scheiß gewesen. Schaust du mir zu, Juri? Anscheinend. Oh nein. Du brauchst echt langsam nachschub, bitte. Ich hab keine Muni mehr. Du bist auch immer zu spät, es ist so. Ich hab die Hauptmission gemacht. Ach komm schon. Wir machen hier dann alle Sidequests. Imagine, wir kriegen irgendwann mal so ein Ozeanplanet und kriegen dafür ein Boot. Oh, ich hab ihn. Oh, das wär auch geil, so ein Kampfboot. Ja. Ah, das ist auch noch einer. Pff. Ich find's cool, wie viele Bomben es eigentlich hier gibt. Ja. Mach mir auch irgendwo... Zabber, wie viele Bomben gibt's hier. Ja, und da kommt vielleicht nochmal eine. Ja, geil. Ja, schön. Nice. Pum. Oh, ey, Stück. Geil. Übererde. Es gibt so viele hier. Oh mein Gott. Ja. Und ich hab keinen Nachfragen. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Ich bin so glücklich, dass ich das Ding habe, ne? Dieses schnellere Abklingen. Mh. Ankunftszeit. T-minus 10 Sekunden. Landezone räumen. Das ist echt nice, dass ich die Situation... Aua. Oh Gott. Aua. Wie du nur gemobbt wirst. Ah, ich sterbe. Oh. Aua. Nein, Achtung. Nein. Ich hab nichts töten. Ich hab nichts töten. Okay. Haben wir überlebt. So weit. Nein. 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 Ich hab nur so viele Dinge dabei, ne? Ach, die kann auch ich mitnehmen. Wieso kriegst du... Oh, 400. Bündlich. Alter, ich hab ja richtig Genozid begangen. Jesus. Ich hab nicht mal... Doch, ich hab den Meister Friendly feiert. Oh nein. Oh, er ist rausgegangen. Schade. Die eine Verteidigungsmission. Ja, das ist so geil. Ja. Die mag ich als beste noch. Was müssen wir eigentlich dort machen? Äh, verteidigen. Oh, das ist ja echt cool. Ja. Warte mal, dann mach ich das ja hier hinten einfach zu, oder? Genau, fürs Erste. Aber wir müssen halt auch schauen, dass wir dann wieder schnell rauskommen. Weil es mir ja vorne überrand werden. Ich kann jetzt hier ein Minenfeld... Oh mein Gott, das ist ja richtig geil. Ah nee, fuck. Das war jetzt kein Minenfeld. Das war auch leckend. Egal. Äh... Ich hab's noch nie auf Lebensmüde gespielt. Das wird halt das Witzige. Ja, aber es ist doch lustig. Ja, das ist immer noch. Ach, Schuh. SOS Barke. Ja. Wir haben eigentlich alles. Ich würde gerne zu dem Medi da hochgehen, um ihm darunter einen antipersonellen Minenfeld reinzulegen. Ich hätte die Branddinger hier mitnehmen sollen, ach egal. Okay, die Minen funktionieren schonmal. Ja. Angenehm. Und der Typ ist runtergefallen. Okay, also es lohnt sich. Der ist in mein Tesla-Turm eingekommen. Ah, schön. Sorry. Ich habe keine Quarks können. Ich bin auch nur dabei. Kickt die Hände. Oh Gott. Ja, der ist hoch. Oh. Hier müssen besser sein. Ah, nice. Oh, mhm. Ähm. Wann los? Wir haben ja alles. Oh. Der ist los. Das, das sollte mein Laser machen können. Ja. Das ist halt schon tief. Der ist tief drin, ne? Wann mal, ne? Ich glaube, unser Medi überlebt das nicht. Oh Gott. Ja, er ist tot. Der hat es überlebt, actually. Oh, nice. A surprise to be sure. Warte mal. Vielleicht haben wir uns zu früh gefreut. Ja. Ja. Ja, gut, ne? Okay, ich habe den Charger hier bei mir. Der bewegt mich nicht. Oh, nein. Oh, nein. Oh, mhm. Der hat... Alter. So, darüber sprechen wir jetzt nicht. Äh. Nein, nein. Ich habe nichts gesehen. Ich war auf deiner Seite. Ich bin auf deiner Seite. Es ist eine Granare rausgerutscht. Alter, wir sind bei fucking eins von acht. Oh Gott. Und die zweite Tür ist schon kaputt. Zwei Türen? 18 Sekunden. Nein, die Tür ist angerannt. Oh, fuck. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ne, ne. Alles. Achtung. Oh. Hm. Ich häng an... Ich häng by the way an ihm dran. Hilf mir. Bitte hilf mir. Bitte hilf mir. Bitte hilf. Ich kann... Dig, hast du Rhodion gemacht, oder was? Das ist auch so, dass du gerade ebenst wieder Rhodion gemacht hast. Geil. Aber halt, ey. Schön. Oh. Das... Ey, das müsstest meine Perspektive dann sehen. Das ist ja... Megadeist. Du müsstest... Du müsstest meine sehen. Die war ja noch geiler. Oh, ne. Oh. Ähm. Hm. Ich lebe. Hinter dir. Du lebst nicht mehr. Ich will doch einfach nur mein fucking Ding haben. Wer hat eigentlich diese Scheißladung dabei, die wir alles so langsam machen. Das ist so nervt. Der... Der Made. Ich nicht. Ich hab die gar nicht. Der Made rollt die ganze Zeit. Oh mein... Wo ist mein Ding? Dein. It's gone. Jetzt bin ich traurig. Ähm. Ich hätte mir fast so'n... 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 So'n Rucksack holen können, aber... Ähm. Oh. 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 Äh. Ich hab das'n Ovitalschlag, denn ich hab' keins. Ach, keine Sorge. Der ist nur ein bisschen... für mich geackrot. Der will nur knuddeln. Tja. Oh. Warte mal. Das Minenfeld? Mal schauen. Das Minenfeld? Ah, ja. Ah, nice. Nice. Zwei... fucking... Raketen noch. Alter. Jesus. Wir haben zwei... Generatoren zu verteidigen. Ja. Oh mein Gott. WTF. Schön. Trotz Strapazen. Ja, das obwohl wir gleich am Anfang wieder alles verloren haben. Aber nice. Wo? Aber... Oh. Scheiße. Ohne. Angenehm. Ich bin jetzt einfach komplett ausgeschlossen und hab' keine Monika mehr. Nein, bitte nicht. Ich bin jetzt badass aus. Bam. Bad, bad, bad. Nice. Schön aber. Nicht fucking schlecht. Ja, jetzt... Bin ich mal gespannt, wie Friendly Fire Schaden es da gab. Das ist viel. Ja. Du hast gedacht, weißt du, dass es Maid weiterhin mitmacht? Ja. Das ist obwohl mir ausversehender Granate auf seinem Kopf geflogen ist. Die ist mir einfach aus dem Lauf gefallen, weißt du? Ab und zu. Das ist ganz tragisch. Oh. Hoch. Hoppla. Du hast ja rausgerollt. Oh, ducken. Ducken kann mir das Leben retten? Nee. Eigentlich nie. Es gab bei mir noch nie eine Situation, wo es mir das Leben gerettet hat. Doch mir schon. Als eine Rakete auf mich geflogen kam von den Roboter und ich mich auf das hin geduckt habe, und es genauso gedutscht bin. Das war so ein epischer Moment. Aber auch nur einmal. Mann, wieso finde ich nur normalen Probe? Es gibt 29 von den anderen und ich habe noch keine einzige gefunden. Wir werden solche Minus-Stats haben, alter. Not gonna fucking lie. Oh mein Gott, du bist doch... Ah. Oh nein, wie viele waren das? Minus 150. Weißt du, was passiert ist? Äh. Und ich bin irgendwie gerade stolz drauf. Ähm. Ich habe zur Hilfe dieses Ding geworfen. Und wir beide hatten die Teile aktiviert gehabt, dass die Maybe, also die Wissenschaftler rauskommen. Der Laser hat full 180 gemacht, ist zu den Bugs gegangen, die dort waren, bei den Leuten. Schönen. Weil bei dahinten könnte auch was sein. Ja. Oh, ich glaube ich habe es gefunden. Ah, wir halten eigentlich gerade recht gut aus. Ist frei. Ja, jetzt ist es. Nice. So. So. Und von den Orangen noch kein einziges. Nice. Ne, ich kenne Heu. Was mich echt ein bisschen wundert, ist, dass wir keinen Titan hatten. Auch Jinxen, nicht? Doch, ich würde gerne Jinxen gerade. Du. Wenn er irgendwo spawnen würde, dann wäre es hier bei mir gerade. Ah, oh mein Gott. Joa, viel Spaß. Nein. Oh ne, das ist ein Titan. Es sind zwei Titanen. Du musst es aber auch jinxen. Ja. Auch extra wieder für dich. Oh Gott. Ah, okay. Ich glaube ich habe einen. Ne. Die Juppe muss ich gar nicht für den Juppe. Lauf einfach. Morbital Schlag. Ab Morbital. Ja bitte Luftunterstützung. Äh. Oh. Schick einen Adler rein. Mehr. Okay. Einer bewegt sich. Der Zweiter. Okay. Nice. Oh, ich habe keinen Schlag. Ja. Oh, ich habe keinen Schlag. Head принцип. No. 노�. Das war nett. Oh, ich tolle Lauf vor, das.. Zero Flaser anfsehlt. Das war zu majestic so die Astrid. Ja! Ey, mein Kip geht durchs. Noch dran gehangen. Ja, das hängt noch so aus und ran von der letzten Mission. So ein Stück Rücken und das Kip. Wir haben kein Minus gemacht, das können wir mal so kurz festhalten. Und haben alle Sterne bekommen. Das ignorieren wir jetzt einfach. Wir haben zumindest nicht Minus Tausend, das wär lustig. Boah, ja. Weißt du, keine Orangenproben, es ist wieder so typisch. So ein Scheiß, Alter, es gibt so viele von den dreckigen Dingern, aber nö. Oh, wir haben 100% befreit. Nice. Nice. Jetzt war jetzt mal ne erfolgreiche Runde. Das haben wir echt gut gemacht. Heilige Scheiße. Oh, jetzt kommen die Roboter. Jetzt wird's schlimmer. Oh, ja. Auch auf Lebensbüde oder gleich auf Helldive? Das war's mit der ersten Folge von Helldivers 2. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like und Abo freuen, da dieses Video enorm viel Zeit in Anspruch nahm. Und ja, das mit dem Yearly Upload wird hoffentlich keine Tradition. D cisCH. D sha chaud. Bis zum nächsten Mal.